Hallo und ganz herzlich willkommen bei LiveSeller TV. Mein Name ist Eva Güte und ich bin heute für euch in Berlin unterwegs. Genießer sind ja immer auf der Suche nach dem Besonderen und das bekommen sie hier im Restaurant La Gano. Das ist der ideale Ort für Gespräche und absoluten Genuss. Hier wird der Aufenthalt auf jeden Fall zum Erlebnis. Auf der Speisekarte steht sogar Lifestyle-Food. Was es damit auf sich hat, das klären wir jetzt. Los geht's, kommt mit. Bei mir sind jetzt zwei Gäste und du bist die? Rowena. Und du bist der? Jo. Kommt ihr öfter hierher? Nein, wir sind an Holiday. Ferien, ja? Ja, wir sind von den Niederlanden. Ah, okay. Und was macht ihr hier in Berlin? Ähm, Zeitziehen. Wir sind verheiratet, so für den Honeymoon. Ah, schön. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Und wie gefällt es euch hier? Ähm, gut. Ja, das ist sehr froh. Was ist denn das Besondere hier an diesem Restaurant, was andere Restaurants vielleicht nicht haben? Ähm, I think the concept of getting the cart and then being able to order whatever you like and pay at the end. It's new to us. Ja, what is your favorite food here on the cart? Ähm, today's what's pizza. Pizza. Lecker, dann wünsche ich euch auf jeden Fall guten Appetit. Okay, danke. Thank you very much. Bei mir steht jetzt einer der Köche, das ist der Micha. Hallo Micha. Hallo. Auf eurer Karte habe ich gelesen, da steht Lifestyle Food drauf. Was ist das genau? Ähm, das ist das leichte, das leichte, idyllische Erleben wird halt, wird halt angeschnitten. Dass man halt Pizza, Pasta, alles schnell, alles leicht, alles frisch bekommt, ja. Und wann kann man hierher kommen? Wie sind die Öffnungszeiten bei euch? Von der Woche, von Montag bis Freitag sind es von 11 bis 0. Und am Wochenende und Feiertag ist es von 13 bis 0. Und die Küche schließt um 23.30 Uhr. Also liebe Leute, genug Zeit, um das mir hier auszuprobieren. Kommt vorbei. Liebe Leute, spätestens jetzt wissen wir, was mit Lifestyle Food gemeint ist. Egal ob Pizza, Pasta oder Salate, alles wird hier frisch zubereitet. Es ist für jeden was dabei. Kommt vorbei, lasst es euch schmecken. Guten Appetit. Egal ob Pizza, Pasta oder Salate, alles wird hier frisch zubereitet.